Und wir werden im Anschluss an die Veranstaltung natürlich auch die Möglichkeit haben, zu einem super Luftgesamten hier noch mehr heiße Karten zu eiern. Aber jetzt erst mal zur höchsten Beugruppe. Die drei Jungs heißen André Pimm, der ist 10 Jahre alt, Alex Arrame, der ist 11 Jahre alt und der Bladenkranke ist auch 11 Jahre alt. Und ich bin gerade mit den Jungs hier zusammengesessen, habe sie gefragt, wie kommt man darauf, eine Beugruppe zu gründen. Und gerade heute ist ein sehr interessanter Tag, heute sind auch die Spice Girls in der Stadt, haben die Live-Konzert, die Jungs sind ganz, ganz große Fans davon und haben auch die Backstreet Boys als Idone, wenn ich das so sagen darf. Und da sagt mir der kleinste von ihnen, naja, vor eineinhalb Jahren waren wir da auf dem Backstreet Boys-Konzert und da kamen die Mädchen zu mir her und sagten, ich sehe aus wie der Dick. Und da habe ich auch gleich geküsst, dann habe ich gesehen, wie der Dick abgewusst wurde und dann habe ich zu meinen Freunden gesagt, wir gründen eine Beugruppe. Und das haben sie sich hier sofort mitgenommen und heute sind sie da, meine Damen und Herren. Ich bitte um einen riesengroßen Applaus, denn ich denke, sie sind noch nervöser, als die Damen und Herren, die heute hier tanzen werden. Und die drei Jungs werden nicht nur ihre erste Simme, I want you to love, hier vorstellen, sondern sie werden ihnen auch zeigen, wie es aussehen kann, wenn man Maddenk nachtanzt. Und den ganz großen Applaus für die Backstreet Boys, das ist André Alex Otimali. Happy New Moment! We are the best kept secret in the universe. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on earth. We are your best, last and only mind of defense. We work in secret, we exist in shadow. We are your best, last and only mind of defense. We are getting married! We are your best,стваver당, we are your best. We are your best, last and only mind of what we are. And the 자�обр manifest so in妈iversität! The fürs看se possessions and apply Trans am viewed. We are your best. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Tja, Sie fragen sich natürlich, wie wird man, wie wird man, jetzt haben Sie es vergessen, vollkommen richtig. Einige ganz wichtigen Kollegen aus dem Musikbereich ist auch noch zu uns geschlossen, nachträglich. Und zwar, Sie haben eine Pinzinger gemacht letztes Jahr, die hieß Ohr eben ab. Herzlich willkommen auch noch unter den Schiedsrichtern. Herzlich willkommen, Ferry. Tja, wie gesagt, keine leichte Aufgabe ist heute zu entscheiden. Wir haben verschiedene Altersgruppen, wir haben Gruppen, wir haben Leute, die einzeln antreten. Es wird sehr schwer sein, zu sagen am Schluss, der ist der Gewinner und der nicht. Wir werden uns ansehen, wie die Gruppe in einem Zusammenhalt funktioniert. Wir werden uns natürlich die Original-Koreografie ansehen und werden uns ansehen, was hier auf dem Weg geschieht. All das wird eine Rolle spielen. Und wenn jemand alleine antritt, hat er natürlich auch Freuerei, den sogenannten Mut-Bolus. Und das war natürlich auch mit dem Weg. Soweit für dieses Thema, wie gesagt. 15 Minuten haben Sie etwa noch Zeit, sich anzunehmen. Jeder kann ja weiter, wie wir wollen. Sie hat Ihre erste Serie veröffentlicht und das stehen wir uns hier vor. Sie sind gerade hinten und ziehen sich um. Haben Sie damit man, 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 gezeigt. Und hier ist wirklich ernst, die Jungs hat es gerade gesagt, Sie wollen auf die internationalen Macht umfassen. Und das wollen Sie auch schon in jedem Jahr angehen. Ich muss sagen, ich persönlich war dabei, wie die Spice Girls angefangen haben, wie ein Endzimmer angefangen hat. Selbst die Wechsel-Boys waren es von Bistlern, aber auch ganz klein. Und haben auch hier auf einer kleinen Bühne damals das erste Mal ihren Jüngern vorgestellt. Und vielleicht, mit etwas Glück, ist es soweit. Die Jungs werden im großen Internationalen Macht umfassen. Und es ist dann die letzte Begründung der Saison da, nochmals schön. Tja, schauen wir mal, wo Sie sind. Die Wechsel-Boys sind nicht. Die ist da in sich gerade noch, denke ich. Ja, man kann auch mal Informationen haben, die über die Damen und Herren, die du heute mitmachen. Ich habe meinen Weg getanzt und für Musik und selber auch Tanzschritte ausgedacht. Und Schule geschwänzt? Nein. Nein. Habt ihr die Turnhalle geübt für eure Übungen? Nein, ich habe zu Hause geübt. Ich habe zu Hause geübt. Und dann habt ihr denn ungefähr geübt? Drei, zwei Wochen schon. Und wer hat auch gepasst, dass alles richtig gut aussieht? Papa und Mama. Sind daneben gestanden und der Koch dafür hat gesagt, so muss es sein und so nicht. Genau. Genau, richtig schön. Gut, wie gesagt, da wird uns heute einiges erwarten bei unserer MAV-Party. Vielen Dank, wir sehen euch ja später hier in Aktion. Und jetzt meine Damen und Herren. Wie gesagt, hier vielleicht zum letzten Mal. So darf man nicht mehr dran. Können Sie sich wieder lieben. Noch mal einen großen Applaus, diesmal mit ihrer ersten Single hier, die Betty Boyz. Weißt du, wenn es anfängt, musst du dich doch länger gegenschauen. Ja, auch gar nicht. Wo musst du denn schon? Wo musst du denn schon? I wanna ask you, hear me? I'm waiting for you. Oh babe, I really want you. No, I want you. I want you. I need you. I need you. I need you. I know what you do. Girl, I wanna, I really wanna be with you. For your love. I'm waiting for your job. I want you. 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 Girl, I want you. 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 I Musik 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 Ich habe gehört, die Kleidung wird noch von der Mami selber geschneidert, ist das richtig? Ja. Es trägt viel Arbeit drin, oder? Jo. Okay, wir machen uns jetzt noch einen drauf, damit ihr richtig gut ausgestattet seid, gibt es hier noch eine Original-Milette-Torre-Gut-Kaffe. Ihr wisst ja, was so richtige Wolken sein möchte, muss mir keine Kaffe auf die Bühne geben. Und reinwachsen werden wir im nächsten Jahr sicher noch viel Glück wünsche ich euch. Danke. Tschüss. Alles Gute. Wir nehmen noch ein bisschen und flätschern hier auch so richtig ein. Also wie gesagt, wenn Sie sich noch nicht trauen, vielleicht vorher an die Bar gehen und noch einen Drink oder einen Cocktail nehmen, die sind hier hervorragend. Wir werden seit letzter Zeit sicher nicht lockerer werden. Sie sind uns herzlich willkommen auf dieser Bühne, die Leute, die Melchste-Leute. Und wir hoffen, Sie helfen, Sie alle auf dem Weg, vielleicht akzeptieren zu dürfen. Ich gebe Ihnen jetzt noch mal die Möglichkeit, ein letztes Mal das Video anzusehen, die Ihnen eben mitmachen wollen. Sie können sich noch mal anschauen, wie es aussehen soll. Und Sie alle im Vergleich mit uns schreiben, was Sie in der Westen gefällt, also auch Sie. Schauen Sie sich noch mal das Video an. Viel Spaß hier nochmal mit dem Original-Man-In-Eye-Video. Viel Spaß hier nochmal mit dem Original-Man-In-Eye-Video.